Hallo und herzlich willkommen liebe Jungen Guys zu Project of Manchester und mit dabei haben wir mal wieder einen Gast im TS, weil er schon wieder viel zu viel aufgenommen hat, wobei heute ist Donnerstag, aber morgen gibt es noch jetzt viel Zeit wieder und das ist The Panics. Hallo. Ja gut, ich kann es verstehen, aber morgen gibt es wieder neue Zeit, aber ich bin halt eben diese Woche etwas spaßig mal mit meiner Zeit umgegangen. Ich habe gestern meine Zeit ganz aufgemacht. Ja, weiß ich ja eigentlich, wenn du es mittwochs aufbrauchst, ist ja jetzt nicht so ganz so schlimm. Das Ding ist, die letzte Folge war 40 Minuten. Er hat da gesagt, ich gehe jetzt hier nicht genau nach Sekunden, also ehrlich. 40 Sekunden, 40 Minuten, sorry. Ja, du hast 40 Minuten gesagt, aber ich gehe jetzt hier nicht genau nach Sekunden und Minutenanzahl, also wenn man jetzt mal Folge länger ist, okay, kann ich verstehen. Nicht, dass ihr jetzt hier, was weiß ich, eine Stunde pro Tag hochladet oder so, sondern eine Dreiviertelstunde regelmäßig. Ich wollte so unbedingt Dings machen, wie heißt das? Ach übrigens, ich habe mir mal die Welt als Backup runtergeladen, das heißt für den Privat, für mich, und habe jetzt mal geguckt, was das mit den Wisps ist. Das sind keine feindlichen Wisps, sondern solche freundlichen, die in der Höhle wohnen, wenn man dann anfängt mit Magie, die einem nichts tun. Ja, die haben mich nicht angegriffen, aber dann hat sie... Okay, so hast du es schon rausgefunden. Ich brauche jetzt erstmal mehr, ich brauche ein weiteres Solarpanel. Hast du nicht dein HV? Ja, aber das Problem ist ja, das HV funktioniert irgendwie nicht mit der... Oh, wieso bin ich im Cheatmodus? Das hat halt eben mit diesem Transformieren irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen, verstehst du? Ah, okay. Deswegen muss ich halt eben, jetzt habe ich jetzt hier das 1LV, was ich beim HV mit dran hatte für die Scrap-Produktion, aber das reicht natürlich nicht aus. Deswegen muss ich jetzt eine Badbox machen und dann machen wir Solar und dann passt das alles. Du hast mir ja dieses Bild geschickt und das so bei Wand of Adapter, diesem Zauberstab. Das habe ich wieder weggetan, weil ich hatte... Ich hatte so wieder ein Cheatmodus. Ich habe nur nachgeworfen, wie hießt denn die Wand of Adapter? Adept. Ich habe es dann selber eins gemacht. Ah, das ist diese komische, okay, gut. Äh, ja, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt erstmal eine Badbox. Ich habe eins, äh, Feuerstab. Oh, ein Feuerstab. Ich finde am besten die Wand of Excaration. Ja, die werde ich auch machen. Und Lightning. Und alles. Ich hätte ja eigentlich gleich erstmal nachgucken können, wie weit die Turtles sind. Ich werde... Wenn ich die Lightning habe, werde ich besuchen, diesen Schwert da hinzukriegen. Sword of C4 oder wie die heißt. Das ist Sword of C4. Ich stoße. Okay, ich baue jetzt erstmal hier eine Badbox an. Boah, diese Effizienz-Spitzsacke ist ziemlich hart, wenn du an Kabeln was abmachst. So, da verließe ich jetzt. Und ich kann jetzt... Nein! Ich habe da... Aber mit einem AKW, das fange ich dann erst nächste Woche an, mit der U-Matter-Farm, der automatischen... Als AKW schalte ich dann auch wirklich bloß an, wenn ich dann mal eine Stunde oder so online bin. Also, jetzt mal das Genießen, hier das AKW anzuschalten. Ich habe ehrlich gesagt richtig Angst davor, das AKW anzuschalten. Wie viel U-Matter hast du? Oh, ich könnte gleich mal gucken. Ich muss nur mal gucken. Okay, das wird doch halt... Ich habe... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... 18... Und... 27, 25 und 6. Okay, what the fuck? So, wie macht man sich einen Generator? Ein Iris, wo ist das? Okay. What? Okay. Da müssen wir noch ein bisschen geschehen, der Iron. Sozusagen bin ich einer der weitesten in Magie. Aber ich habe nichts für das. Ich habe keine Schatz. Ich weiß ja, aber ob du alles erbettelt, du Affe. Ja. Schon ein Battlerkind, ey. Weil Dings, äh, Ecstasy oder so... Oder bei mir! De Nebio. Ja, er hat jetzt auch einen Feuerstab. Aber trotzdem hast du dir auch bei mir immer das Zeug erbettelt, ha. Hell, chill! Ich habe dich ertappt, auf richter Tag. Ja, das ist auch nicht so, dass man meine Folge sieht. So, jetzt habe ich neun Generatoren. Brauche ich auch noch ein paar Blöcke? Nein, boah, ja. Ich will Electronic Circuits mit Electronic Circuits craften. Yes, baby! Bravo! You are so genius! I know, I'm so fucking serious. Ja, ich habe das Rezept für Solophen auswendig richtig gebracht. Au! Nein, es ist nur sechs, scheiß die Wand an. Okay. Was ist denn, komm, irgendwie so ist deine Wand? Ja, meine Wand ist in die Orange, also, da würde man es sogar sehen. Meine sind weiß. Na, dann sieht man es noch mehr. Würde ich mal vermuten. Nee, nee. Nee, nee. Das ist nur eine Illusion. Okay. Hallo. Welcome. Welcome, wir sind schon Pei. Boah. Dann schreibt uns ja alles in Skype, ey. Ja, ja, und jetzt brauch ich bloß nur einen LV, oder? Oh, bin ich genial. Körper und Körperkäse. Boah, alter. Mangelmango schreibt mir gerade die ganze Zeit in den Chat was, ey. Ich habe gerade etwas geschrieben. Aber vorhin hat Dings geschrieben. Äh, äh, der Neuzeitkommling, äh, der Neu, Neuzeitkommling. Ja, Mann, ich kann kein Deutsch. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Tja, jetzt kann ich mehr Strom, Mann. Boah, ey, ich setze mich jetzt erstmal. Ja, da steht die... Äh, warte mal. Äh, Ding, der Neuzeitkommling. Äh, Rafa, Rafa, ich startest du gerade für die Biest? Ja. Kannst du mal bitte, ähm, die Zahlen-IP raussuchen? Die hast du ja sicherlich. Und die mal fix hier in den Chat schreiben. Also in die Konfi reinschreiben. Weil das kann manchmal sein, dass beim ersten Mal anmelden, die Rechnung bekommen per Post. So, als wir nötig sind. Ne, für Gamescom fahren wir dies Jahr nach Köln. Und da haben wir die Tickets schon gekauft online. Und da kommt per E-Mail, kriegst du die Rechnung und die Tickets. Und per Post kriegst du dann nochmal eine gedruckte Rechnung zugesendet. Da könnten sie aber eigentlich auch gleich da mit den Tickets mitsenden, oder? Da brauchst du die nicht, äh, so senden, oder? Das ist idiotisch einfach nur. Äh, ne, da ist ja dann wieder mehr Porto zu bezahlen. Weil die Tickets ja so schwer sind, die vier Blätter. Naja, ab zwei Blätter kannst du nicht mehr 60 Cent bezahlen. Das haben sie ja mit der Post. Es geht nicht um die Blätteranzahl, es geht ums Gewicht. Ja, aber wenn das dünnes Papier ist, wenn das dünnes Papier ist, du kannst doch die Eintrittskarten und Fahrkarten mit dünnem Papier machen. Das ist übrigens kein Gewicht, das ist eine Masse. Ich geb zu, ich hab mich selbst versprochen, aber trotzdem ist es eine Masse. Und du als angehender, äh, Maschineningenieur solltest das auf jeden Fall wissen. Maschinenbauer, nicht Maschineningenieur. Ey, ich hab Dualshard. Was ist ein Dualshard? Die sind grau. Was? Was? Ich hab grad Dualshards bekommen. Hab die jeweils meinen Törtel-Hardy geholt. Dualshards. Was? Dualshards? Gib's mir. Ich geb's dir. Du siehst in meine Kiste. Nein, meine Dualshards. Haben meine Törtels gefunden. Ja. Es hat sogar meine Törtel gefunden, nicht die von Marius. Ihr habt ja so gemacht mit, äh, Marius. Äh, Marius war da... Weiß gar nicht mehr, wann Marius war, wie der mitmacht, der Affe, äh. Ihr habt, äh, Ihr habt ja so, dass er sein, sein Grundstück noch hat. Ja. Aber, äh, dass er zu euch gekommen ist, so mit euch. Ach, übrigens zum Thema Grundstückvergrößerung. Ja. Äh, ich würde das so sagen, jetzt im Augenblick, wenn man jetzt nicht irgendwo sieht, dass da ein großes Haus gebaut ist und dort absolut wirklich gar kein Platz mehr ist, würde ich sagen, erst mal nie. Ansonsten dann später kann das jeder individuell machen, außer er tut sich jetzt einfach viel zu viel Gebiet sichern. Wenn ich... Also wenn er da kein Haus hat und dann hier die halbe Stadt mit Zäunen umbaut für sich als sein Grundstück, dann sehe ich nie einen, warum der mal Grundstück bekommen soll, wenn er nicht mal ein Haus hat. Das soll sich erst mal ein Haus haben. Weil es ist ja so, dass man nicht mal draußen seinen Törtel platzieren kann, weil das alle krank sind. Du kannst die schon platzieren, aber du musst halt eben dann die platzieren, wenn du anfängst und dann die merken, wo du die hingestellt hast und dann halt eben wieder hingehen. Ja schon, das weiß ich schon, aber sie können das klauen. Naja, deswegen solltest du, wenn du außerhalb die Tür platzierst, dann bloß machen, wenn du wirklich da bist. Oder halt eben so weit weg und so tief verstecken, wenn du weißt, hier der Part ist für übermorgen und morgen nehme ich auch nochmal einen Auf, dann kannst du dich auch mal über Nacht laufen lassen, wenn du dich halt eben irgendwo versteckst. Ja, das könnte ich hier machen. Ich habe keine Darwärtszellen mitgenommen, okay. Wo genau hast du deine Portugal gefunden? In... Warte mal. Ich habe keine... Was wir jetzt ganz genau wissen bei Kodinaden oder sowas? Nein, nein, nein. Welche... Ähm... Norden, Osten, Süden, was auch immer. Süden. Süden, okay. Ich gehe auch suchen. Da ist... Da ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit am höchsten und das können... War hier auch so ein Berg-Bio. Wenn ich das einfach mal... Haffee, können wir mal kurz pennen? Ja. Dann wird es nicht genug... Hier, willst du wirklich das Haus so aus Cleanstone machen? Fühl mir nicht. Ne, das gefällt mir nicht. Es würde eher an schönen Stoff nehmen oder irgendwas... Pies. Du kannst auch Marble nehmen oder Basalt. Marble ist scheiße. Ich will Cleanstone. Und das sieht scheiße aus. Ach, Penn, was mein... Penn. Du hast dich gerade in mein Bett gelebt. Oh, ist doch egal. Ne, ist nie egal, weil wenn du dich wieder ins falsche Bett legst... Loll. Loll. Es wurde damit ganz viel Glas gemacht, Riccardo. Sieht doch gerade nicht so aus. So, jetzt komme ich wieder drauf. Ah, dem will ich nie immer hinten liegen. Weil ich dich immer von hinten nehmen oder was? Das ist so gesagt. Typ, 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 Typ. So. Gut, Lead. Rein da. Alter, wir brauchen mehr Rubber. Brauchen mehr Opa. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit der Scrap-Produktion? Kommt da jetzt unten auch ein bisschen was her oder läuft die unten immer noch nicht? Oh, von unten kommt das auch Scrap. Das ist gut. 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 Okay, ich produziere aber immer noch zu wenig Crap. Riccardo, du weißt schon, dass das eine Bett nicht auf unserem Grundstück ist? Was? Das eine Bett ist nicht auf unserem Grundstück. Du hast die Betten gesetzt. Das ist auf dem Zaun. Nein. Das ist auf dem Zaun. Aber es ist ja Grenze und Grenze ist ja sowas wie Niemandsland, oder? Ja. Nee, bei uns. Das ist klar. Du kannst das gar nicht klauen, weil das ist nicht auf deiner Grenze. Du ziehst ja dann eh die Betten dann um, oder? Machst du hier einen Glasboden rein? Glasboden. Machst du einen Glasboden rein? Ich wollte einen Marbleboden machen. Achso. Ich wollte aber eine ganze Glasfront machen. Aha. Aber in Richtung hier ist das Fluss. Ja. So, bis in Richtung hier. Na gut, wir können dann, wenn du dann die zwei Detaugen kannst, die kannst du ja dann in Richtung The Panics machen. Ja, da gibt's dann zwei, wo du dann durchgucken kannst im Prinzip. Was ist mit mir? Wir wollen zu deinem Haus, äh, zu deinem Grundstück eine schöne Glasfront machen. Dass du uns dann beim Wichsen zugucken kannst. Euch. Ja. Und wir dir. Ah ja. Wow, hier die ja. Wow. So. Gut, was wollte ich jetzt machen? Ach, ich wollte dann mal diese Tesseract machen. Tesseract. Dazu brauchen wir ein untuned Tesseract-Frame. Da brauchen wir Sharp-Shaped-Crafting. Na gut, das ist Hornet-Glass Induction-Smelder. Also ein Induktions-Schmelzer. Smelder. Induction-Smelder. Okay, die sind ja eine. Alter. Wieso haben wir immer keine Sticks? Wir haben ein paar Zeug hier, ähm, anderes Zeug. Geht eben voll auf den Sack. Ich bin auch so genial, weißt du. Ich hab hier noch ein einziges Solar-Panel, also kein LV oder so. Was ist, statt dass ich das irgendwo mit, ähm, an den Stromkreis anschließend, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr Strom entsteht. Nein, lass ich das einfach hier am Project-Hebel drin. So, da hast du dich beschwert, dass die, dass die, dass das Solar dann dort weg soll. Ne? Ja. Wenn du mir mal so ordentlich viele, ähm, Glasfaserkabel machst, setze ich die um. Ich bin kurz weg. Ich mach jetzt erstmal hier den Boden. Okay, da bleiben die erstmal dort noch dabei stehen. Weil die kannst du halt eben nie so einfach mit der Hand abbauen oder Spitzhack, ja brauchst erst ein bisschen Sachen und ich muss ja dann immerhin auch noch klarkommen, damit dann die ganzen Kabelanschlüsse stimmen. Du musst halt eben gucken, dass du da sowas wie einen Kamin dort reinbaust, dass es dann so irgendwie steilig aussieht, wenn die Kabel dann dort einfach so in der Mitte durch so ein dickes Teil durchgehen. Weil ich weiß grad ehrlich gesagt nicht mal, ob wir das nicht auch woanders hinkriegen. Ob das durch diese, diese, was jetzt, diese Abstands, den Einblockabstand, ob das dort einfach so durchgeht oder ob das, es kann sein, dass es wirklich durchgeht, es kann aber sein, dass es nicht durchgeht und dann muss ich das nochmal umsetzen. Invar! Wollen die mich natzen? Wie macht man Invar? Oh, nee. Aus Innenwärmen. Nee, eh. Ich muss Ferro's Ohr schmelzen. Nee, pulverieren. Messerraten. Oder? Irgendwie sahen die Marble-Text-Zonen in Hexeteller aus. Da brauche ich erst einen Pulverizer. Oh, fegt euch doch ins Knie, ey. Pulver... Nö. Pulverizer. Na cool, da brauch ich schon ein bisschen. Ups. Müssen wir hier alles gleich kaputt machen. Guck mal, wie viel Euro-Matter wir schon haben. Alter, jetzt haben wir schon 24, das geht ja übelst schnell jetzt hier. Copper und Flint. Haben wir noch Flint? Stimmt irgendwo. Da brauche ich nämlich Pulverizer. Wird schon wieder Nacht? Kann sein. Jetzt brauche ich eine Engine. Und zwar brauchen wir da eine Elektrik-Elektrik-Engine. Oder? Ich frage mich, ob ich gerade ein bisschen in den Fluss reinbaue vom Haus her. Dass man da so was wie eine Pulsanlegestelle machen könnte. Kannst du auch machen. Ach nee, ich nehme nicht mehr. Eine Elektrik-Engine kostet Tin, Glas und Tin-Gier. Okay. Ja, das mache ich. Schmaschte? Ja. Schoppe cool. Könnte ja auch ein quadratisches Haus bauen. Von der Grundfläche her. Nee. Warum nee? Nur quadratisch, weil sie immer scheiße aussehen. Aber ich will ja in Sicht nach oben verjüngend einen Turm machen. Achso. Nee. Machst du wirklich kein quadratisches Haus danken, gell? So, jetzt haben wir wieder diese Pipes, ne? Da sind doch hier diese komischen diese Stone-Kontakte. Achso, die gehen ja einfach. Darum brauchen wir zwei. Ich will marble, kein clean stone. zu das. Ja, das sollte reichen. Hä? Gibt's keine roten Stone? Äh, ehrlich, da muss ich mir erst Stone-Transport-Pipes machen? Wollen die mir die Eier kraulen? Dann müssen wir jemanden Yu-Matter-Rezept besorgen. Wirst du machen. Ich möchte, äh, ich brauch Redstone als Yu-Matter-Rezept. Weil da bin ich nämlich bald out of Redstone. Dann kannst du das ja nie über, äh, Inventar? Nein, du findest da die Rezepte nicht. Ah, ich kann jetzt eigentlich gleich mal ein paar Glaskabel machen. Haben wir noch Sand? Noch ein bisschen mehr. Hier ist irgendwo Sand drin, ne? Hier bei der, bei den Steinkisten irgendwo mit. Okay, 16. Okay. So, gucken wir erstmal, wo wir das machen. Am besten. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig, wenn du zwei unterschiedliche dünne Sachen hast, dass es dann wieder nachrückt. Ich weiß. Wenn du das weißt, warum hast du mich darauf nicht hingewiesen? Warum sollte ich? Weil du freundlich bist und, ähm, hilfsbereit? Ähm. Ähm. Hab ich irgendwie grad verschluckt. Wann haben wir angefangen? Acht, also bis 38. Jetzt jeden Tag irgendwie eine Folge auf oder sowas, hab ich das jetzt richtig im Gefühl? ich hab jetzt nicht so viel im Vorwurf aufgenommen. Weil ich mir dachte, da hast du in der Woche verteilt ein bisschen mehr Zeit zu. Dann kann ich still um. Jupp. Hast du was dagegen? hallo, hast du was dagegen? Nö, 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 nö. Dann kommt man sogar einsatzweise daraus, wo ich's gern hätte. Dann kommt man sogar einsatzweise daraus, wo ich's gern hätte. Okay, wir kommen doch nicht daraus, wo ich's gern hätte. Und verbrauchen wir uns schlafen legen? Wieso? Ich weiß nicht, warum du dich mitten am Tag schlafen legen willst. Ich weiß nicht, warum du dich mitten am Tag schlafen legen willst. Wenn du den Atomreaktor am Laufen hast, warum willst du dann überhaupt die Solar-Dinge am Leben halten? Ich hab keinen Atomreaktor am Laufen. Aber du willst den Arm zum Laufen bringen? Ich werde den dann höchstwahrscheinlich irgendwann mal, demnächst, nächste Woche, also dann in der nächsten Wochenaufnahme, dann so automatisieren, dass der unentwegt laufen kann, dadurch, dass durch die Diometer-Produktion so viel Tin, die Tin abgespalten wird, dass uns dann unendliche Tin-Zellen macht, was wiederum dafür sorgt, dass wir dann immer Strom und Energie haben. Also, dass dann immer der Reaktor gekühlt wird und ihn überhitzen kann. So, wollen wir mal gucken hier? Wo ich jetzt hier hin muss? Hier schon, meine ich. Mit so einem großen Keller? Nee, ich bin schon wieder unter dem nächsten Grundstück, oder? Bin ich nur unter unserem Grundstück? Bist mitten in unserem Keller. Hä? Blind? Erfahrung finde ich unsere Scrap-Produktion die zweite nicht. Nee, hier ist eine Höhle. Hier geht es in eine Höhle. Hä? Bin ich gerade wirklich so blind? Okay, warte. Ich finde gerade unsere zweite Etage der Scrap-Produktion nicht. Er muss durch die Höhle durch. Ah, nee, hier ist die. Die ist ja viel höher, als ich gedacht habe. Das ist ja jetzt dumm. Die liegt wo ganz anders, als ich es mir erhofft habe. Wenn Orientierungssinn hat mich getrübt. Gut, und bei unserem Keller würde ich sagen, legen wir jetzt auch nie erstmal hier so viel Wert drauf, dass er schöner aussieht, sondern wie er seinen Zweck erfüllt. Ja, das sollte ja erste Prämisse sein, oder? Ja, das sollte ja erste Prämisse sein, oder? Genau. Nein! Jetzt habe ich die Atomreaktor-Leitung abgekappt. Okay, dann machen wir hier wieder zu. Boah, schon wieder in Leitung abgekappt, ey. Fast alles kaputt. Ja, das gebe ich sogar zu. Was ich mühsam aufgebaut habe. Ach du. Na klar, ich auch. Nämlich würde das ganze Projekt gar nicht existieren. Ja, ja, komm. Ist die Panics eigentlich schon da? Noch da? Ja. Okay. Ja, jetzt gerade so leise war. So, habe ich hier einen Weg nach unten gebaut. Das ist nicht genial. Ach, hier kommt man gar nicht hoch. Das ist natürlich genial. Du farmst gerade Sand, oder? Ich werde gerade ein bisschen umbauen. So, jetzt kommt natürlich hier die Atomreaktor-Leitung hoch. Dann darf ich natürlich davon nichts nutzen. Das wird überhaupt aus dem Zuckerrohr. So, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ja, nur so gefragt. So, dann bin ich jetzt mal so frech. Bein, nicht so frech. Und baue jetzt das ganze mal hier Hardcore-of-Class-Faser-Kabel um. So. Dementsprechend können wir jetzt hier zwei Engines hinstellen. Ist hier drüben unser Grundstück? Bist du gerade? Äh, du bist noch, äh... Auf der Grenze, oder? Du bist genau... Ne, warte. Du bist auf dem Zaun maximal. Okay, gut. Guck mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal... Bin ich jetzt dumm? Okay, dann höre ich jetzt mal ein Glas-weifel-Kabel weg. Aber ich höre schon ein bisschen weiter. Bin noch dummer. Kannst du mal bitte die Wasserquelle, die hier bei uns oben ist, wo der Messerbücher da drin ist, wegmachen? Was soll ich wegmachen? Die Wasserquelle, die bei uns dort oben ist, wo der Messerbücher da ist. Hier neben... Hier diese... Hier neben ein und aus, oder was? Ja, wenn die dort ist. Was ist die unendlich, oder? Ja, die ist unendlich. Ah, ich habe sie mit Sand zugemacht. Okay, gut. Ich will der Sand gleich hier unten raus, ey. Entschuldigung. Wie macht man so eine Wasserquelle mit Sand zu? Weil ich gerade Sand in der Hand hatte. Hast du noch Koppakäbel für mich, irgendwie so? Ich habe gerade keins. Okay, warte, bitte provisieren. Pro... So... Improvisieren. Ja, ja, Gluckkaka. Gluckkaka. So heißt das schwierige Wort. Aus diesem dummen End, aus diesem Kunden, dummen Electric Engine, wäre ich auch nicht besonders schlau. Das ist mir irgendwie crazy, shit. Ich brauche das einheben. So, und jetzt... Natürlich auch mal wieder total genial von mir. Ziemlich... Das war total genial. Ziemlich teure Sachen direkt neben den Atomreaktor zu stellen, oder? Du, das lohnt sich dann erstmal richtig, wenn der explodiert. Ne, der wird ja dann den nächsten Mal dann... Nächstes Mal schon? Nächstes Mal. Nächstes Mal würde dann... Na gut, gleich übernächstes Mal. Hier überhaupt ein Loch in der Wand. Oh, sind viele Leute, oh. Muss nie unbedingt alles erkunden. Nein, ich... Guck dir einfach mal... Komm mal eben mal runter in den Keller, ihr guckt euch das mal an, wie ich hier arbeite. Ja, total verwoben. Eigentlich war es gedacht, dass die Türtel sich mir ein bisschen mehr Raum schaffen, wo mich dann besser arbeiten kann. Aber irgendwie, die Türtel ist mir Raum geschaffen, aber die Türtel ist mir Raum geschaffen. Aber ich bin trotzdem noch idiotisch weiter. So. Deswegen muss ich immer kurz in den Zwischendecker einsimmeln. So. So, jetzt kommt Gio, dis, 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 ran. Und jetzt muss ich hier, ich muss jetzt Pulverizer draufpacken. Und wenn ich den jetzt anschalte, hier die Engines. Was muss ich pulverieren? Yo, jetzt geht's los hier. So, jetzt wird das pulveriert. Schön. Boah, wir haben wieder was Neues. Wir können jetzt anfangen zurück zu pulverieren. Pulverieren? Ach, ist egal. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Wir gehen jetzt in Richtung Tesseract. Für Tesseract, genau. Das sind dann Teleporter. Aber Teleporten braucht doch einen Haufen Energie. Wenn du für Sigma-Bettel aufgepasst hättest. Naja, wir tun ja dann bloß Items teleportieren und sowas. Das braucht keine Energie. Wir können damit sogar rein theoretisch von uns daheim Energie sonst wohin teleportieren. Oder halt eben auch dann schließlich Lava aus dem Nether wegtransportieren. Dort hin, wo wir wollen. Also bei Chris aufs Haus. Wie schon. Also so als Beispiel. Beispiel. Oder dann für uns persönlich, damit wir uns dann hier Geothermal-Generatoren machen können. Was brauchen wir Geothermal-Generatoren? Wir haben dann eine... Um Energie zu erzeugen und das ist relativ kostenbillig. Du musst halt eben bloß bei diesen Engines dort aufpassen, weil die ziemlich schnell Luft... Luft... Bumm machen. Machen Luft-Bumm. Ach, ich brauch entweder Pulverized Iron oder Pulverized Iron Dust. Das ist ja wirklich geil. Entweder Scheiße oder Scheiße. Nee, nee, nee. Kacke. Okay, ich muss ja mal fix Iron pulverieren. Scheiße. Wascht da los bei dir? Ich hab grad was nicht bedacht. Was hast du nicht bedacht? Alter, das geht aber gut, jo. Was hast du nicht mitbedacht? Putz-Stecker überdachen möchte. So, Pulverized Iron, Iron. Inverpland. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Colde und Minimstone. Wo ist unser Minimstone? Hatten wir niemanden Minimstone? Wir haben kein Minimstone. Aber wir können es ja machen. Oh, gut. Oh, gut. Mal Insertstone, okay. Ich glaub, wir hatten schon mal irgendwo einen Minimstone. und ich bin da ziemlich sicher, dass ich den schon mal gemacht hab. Oh, naja, gut. Es geht ja, dass wir den uns grad selbst craften können. So. So. wir brauchen mal das und eine Kohle. Ein Stück Kohle. So, jetzt hab ich Inveringent. damit brauche ich jetzt zwei Stück. Aller Rest kann weg. So, und das kommt jetzt. Ah, wenn ich hier den Rest hätte. Eine Maschinenfilm. Da. Einmal das. Eine. Das, das. Einmal das. Kann man Clostone zersägen? Weiß ich nicht. Ach, Coppa war's. Clostone. Musst du ausprobieren, einfach. Ich glaub, schon. Haben wir Clostone das für einen Clostone-Block? Nein, ich glaub, wir haben nicht mehr genug. So, jetzt hab ich schon einen Dankeschmelder. Wir hören jetzt eh auf. Ich will das aber jetzt ausprobieren. Ich hab grad' ne kreative Idee. Scheiße. So darfst mich nicht in meinen, äh, ergüssen der Inspiration. Boah, wieso nimmst du hier so'n scheiß Marble, Alter? Ich misch dir Marble Bricks um. Das sieht kacke aus. Kann man nichts zersägen? Mist! Wieso, was hat's zuvor? Wollte bei dem Bootssteg, der ja hier unten ja hinkommt, anstatt dem Cobblestone-Dach Clostone-Dach machen. Das ist ja ein übelst helles... Mach jetzt, dass man den scheiß Marble rausseht. Das müssen Marble Bricks sein. Das kannst du so'n die nehmen, ey. Ah, richtig geil sah's nie aus. Mach ich Marble Bricks? Nein, war... vier Marble. Kann ich das auch noch aus diesen... Platten machen? Äh, ich glaub' nicht. Du musst sie erst wieder zum Block zusammenfügen. Ach, scheiße. Müssen jetzt aber aufhören. Da haben wir aber dann kein Dach hier. Na und? Wenn wir jetzt hier in der Fakke sitzen, dann brauchen wir auch kein Dach. Aber was regnet ja da rein? Oh, die Maschinen sind zu überleben. Hier war da deine Marble Cover. Kiva, cover, cover. So. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Guck mal, ich hab's gemeint. Wollen wir mal mal angucken? Ah, ist ja viel. Geil, Alter. In einer halben Stunde haben wir fast ein Stack-Klo... äh, U-Matter produziert. Bevor das AKW angeht, müssen wir erst mal den ganzen Keller voll Mass-Fabricator machen. Hm. Alter, ich hab' jetzt... Ich hab' jetzt, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf und... Eins... Oh, noch ein Stück weiter in den Keller gefallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Recycler und Ignos Extruder. Und es reicht immer noch nicht, dass, wenn die alte Scrapbox verbrannt ist, eine neue reinkommt. Also, wenn man dann... Ich, ich, ich kenne, was man da für riesengroße Ausmaße bauen muss, damit es funktioniert. Aber das dann in der nächsten Folge. Oder? Ja. Ja, bist du soweit? Hallo, bist du soweit? Warte, ich wollte noch mal gucken, wie das mit den Marblepricks aussieht. Dass du sagst, das sieht wieder scheiße aus. Du besser? Marblepricks sehen schön aus, ja. Habt ihr nicht aufgehört? Nein, er sucht noch einen Marbleprick machen. Oh Gott. 40 Minuten. Ich bin ja schon am aufhören. Ah, 40 Minuten, ich weiß. Ich bin ja schon am aufhören. Okay, nein, jetzt hab ich hier... Doch, ich hab's richtig gemacht. Gut, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Tschüssi. 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 Tschüssi.